Herzlich Willkommen zur weiteren Folge hier auf dem Marsch. Wir werden jetzt hier zu Feld Nummer 61 fahren und da Düngen beauftragen. Dann viele Missionen erledigt oder fertig. Einer ist fertig. Gut. Neun wollte ich machen. 63 ist geradeaus zu. Jetzt fahren wir die Straße mal lang. Kleine Karte macht es auch. Ja dann ist das auch fertig. Dann müssen wir alle wieder zurückfahren. Schau ich mal. Hier werden keine Kurse gefahren. Seid noch nicht eingefahren sein. Muss ich mal. Ja morgen wäre ganz gut dafür. Oder spät nachts. Immer fahren und es hört 16. Dann sehen wir da. Da ist 60. Wo ist es? Links. Links. Ah. So wie es aussieht. Ja trocken hätte ich auch irgendwie. Also Höhreschäden sind da. So. Kurzgenerierung. 63. Kurz rechnen lassen. Und. Und. Einstellen. So. Na Düngen werden wir jetzt nicht mehr. Fällt 4 um die Ecke. Ja. 65 machen wir sowieso nicht. 60 sind breit bei. 63 machen wir jetzt gerade. 62. 51 auch. Muss ich mal ganz kurz. Ja kann man gleich mal die Lage machen. Da sind wir schon mal dabei sind. Ne. Haben wir noch was da? Die Lage? Ja. Ja. Aber noch mal. So. Wir sind die Lage heute. Ja. Na ja. Jetzt muss er warten. Das ist aber egal. Ja. Immer eins fertig machen. Das ist so bei Missionen und das ist bisschen lästig an der Beziehung. Wollen sie kommen nur die kleinen Felder. Also die großen Felder. Oder man bleibt dabei. Weißen und das hat nicht was da. Aber dann haben wir jetzt mal die kleinen Felder. So. das ist typisch computer immer dann wenn man etwas fertig ist oder nicht der decken hat zeit dann wird sich jemand sieben real leben wenn das noch nicht drauf kommt dann meistens dann ist der was ich das hielt die immer aus da geht auch nix mehr mit fegen ist ja auch so ungünstig oder im prinzip auch nix der rest ist von arsch die mani raus andere seelos ja nicht ganz voll ist ja ein bisschen getrickst in anführungszeichen also da habe ich ein bisschen drauf geachtet dass jemand nach bortwand gefahren sonst wäre das auch kein thema so abkippen bgh verdient man ja zwar nicht viel das sind wir auch keine silage machen also sobald das ding leer ist größte viele kühe haben wir dann wird vielleicht auch eine überlegung wert sehen verarbeitet wird auf jeden fall also wir haben ja schon das voll und wir haben ja so lange waren zu liegen mit gras ich möchte verarbeiten also ganz schlau hier wenn wir nicht genommen aber rechts kann man normalerweise nehmen und die wand glaube ich anschalten war die mittlere wand hat keine probleme gemacht nur die äußere ich denke mal hier wird ein allgemeines problem sein auch von standard zielos müsst ihr mal eins testen ein kleines ich habe keine lust dazu nur den rum zu ärgern obwohl er mit allreif vielleicht funktionieren könnte könnte wie gesagt könnte den probieren wir der ernte hat das klappt abfahren mal schauen auch wenn der fräse ist wenn ich gut dafür zocken besser wie ein förderband ne förderband ist ja wohl förderband den ganzen tag laufen kann das ist die andere seite bei ne also förderband würde an sich auch funktionieren also man muss doch mal anschalten bevor man anfängt live drehen und wird auch nichts so das ist ja ein ziemlich großer hänger da wird jetzt nicht alles reingehen vielleicht ja so und abladen mal schauen was rein geht muss ich sagen jetzt voll sein wollt ja hab ich gewusst ok lang verarbeiten wir gucken und mal abgeschlossen 60 und dann gehen wir auf die 60 gehen wir rauf da darf auf die 62 gemacht werden glaube ich dann fährt der auf die 62 das wäre ja sogar ne das wäre die 58 gibt es da einen überweg übergang eine straße laut karte ist dann übergang einfach ist auffällig ist gut dann können wir nächste woche sagen ok kommt die ernte ja auch karte war es auch zu sehen aber doch da ist doch so eine kleine brücke so ähnlich so einfach mal zugemacht so löschen kursgenerierung 62 genau hier mal vor kurs ne und einsteigerung haben wir 64 auch ja ja was ist bei der 51 die 53 das sehen sehen haben wir nicht ach Kartoffeln oder sowas ne 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 das wollen wir nicht irgendwann düngen ist bei 3 so was dann noch 53 getoffeln oder wo viel spaß 49 entlassen aber das ist eine straße dann schauen wir so wir fahren mal jetzt zurück ob wir am nächsten morgen voll los starten können und dann also vorbereiten zurückfahren alle traktoren abschließen die aufgaben eckefelder waren auch zu machen also 65 geht sowieso nicht 63 sind mit bei feld 8 mal probieren 62 ist drüben aber feld 8 mal probieren schauen wir mal fahren wir mal hin ob noch schaffen wir mal sehen glaube ja nicht aber kann sein ne feld 8 hat dann erstmal gemeckert fliegt nicht aber mehr müssen wir nicht annehmen lassen wir doch das sind zu eintönig und die aus der Kartoffel na frohe schwarzeite man könnte zwar die dinger nehmen von die gemotteten von holger die haben da spezialfunktion ne aber trotzdem brauchst du etliche mengen an saatgut ne also 50 53 guck mal ne karte ne ja fahr mal lang Richtung 54 und dann rechts mal neue gegen kennenlernen ne ach Regen draußen ne wie schön braucht nicht gießen machen wir mal die inneren sicht dann sehen wir besser müssten auch die fahrzeuge reparieren und warten durchführen jetzt haben wir mit der sommer wenn die ernte durch ist dann können wir bald die nächste aussort organisieren also raps zum beispiel für die fälle wo wir in der weizen ernten und ja beide weizen da auf jeden fall raps das andere schaut man ja im frühjahr an wo die erste ist dann muss man sehen und dann brauchen wir Traktoren sowieso oh wir sehen da hopfen aus geht auch auch mal herbst ne geht mal herbst das funktioniert ich glaub schon der nächste ist fertig dann schaffen wir nicht so fällt acht wir fahren jetzt Richtung Hof ja 63 ist fertig der kann gleich auf die 62 ne dass man gleich fertig ist hier trakt 62 dann dabei ok 61 62 ist dabei Feld 8 geht sowieso nicht 65 65 65 ist ja da oben ne traum oder brücke haben wir nicht also geht nicht so 62 ist bei und die 8 brechen wir auch ab das macht noch fertig und dann ist feierabend mit mission und dann können die alte Toren zurückgefahren werden so liebe Schauer das soll es dann für heute gewesen sein ich sage noch schönen Dank fürs Reinschauen dann sage ich mal tschüss und ciao ja vielleicht sehen wir uns dann morgen wieder ne tschüss das mal geht und dann schau wir jetzt jetzt